Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Gute Nacht. Ja! Ja, ich hab ein bisschen randaliert bei der Party. Also ich hab's nicht abgebrannt, aber ich hab ein bisschen randaliert. Das heißt, die Szene gibt's quasi nur, wenn ich das getan hab, ja? Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. Ach so! Wenn ich das nicht getan hätte, wär's jetzt ein Good-Girl-Joke. Okay. Ich glaub, das ist wirklich ein Spiel, was du zwei-, dreimal spielen kannst und mal bewusst andere Entscheidungen triffst. Ähm, ich muss sagen, Punk-Jodie ist jetzt auch nicht so verkehrt. Wir rufen ihn jetzt nicht. Das ist mal was anderes. Ich mein, wir sehen ja sowieso viele Gesichter von ihr. Oh, das war jetzt ein kurzes Gitarren-Solo. Sie ist aber schön, also so eingerichtet, wie sie's möchte, halt. Ich bin ausgetobt. Und ja, ich find's auch, du hast ja beide Optionen, du kannst das ja chronologisch spielen oder eben, wie das Spiel das eigentlich gern möchte, eben mit diesen Zeitsprüngen. Ich hab gestern gemerkt, ich hab ja gestern die ersten vier Stunden circa gespielt, dass das so, du hangelst dich so von kleiner Information zu kleiner Information und freust dich über alles, was du irgendwie neu erfährst. Ich glaube, es gibt aber auch Sachen, wo du irgendwie absichtlich noch ein bisschen verwirrt wirst und bleiben sollst. Was, Ivan? Achso! Du wirst auch wandalieren. Schluss damit, Tony. Das bringt dir doch ab. Gehst dich, weiter. Ich werd' gehen. Jetzt zeig ich dir, wie ich gehen werde. Okay, wenn ich zu nah an ihr ran bin, kann ich aus Aiden nicht raus. Das ganze Apartment, ich hab' hier die eine Wand ein bisschen... Das hat mir halt nicht mehr gefallen. Ja, das musste ich nicht machen. Wenn ich... Ich werd' sagen, ich kann ihn nicht mehr rufen. Also, kann ich irgendwas anderes mit ihm machen? Ich kann mit ihm die Tür aufschließen oder Nathan ablenken? Und alles tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber... Du verstehst mich doch, oder? Ich will... Ich muss heute mal hier raus. Ich muss heute mal hier raus. Was ich aber nicht mehr... Also, das heißt, nicht mehr ganz verstehe... Je älter sie wird... Und sie nutzt Aiden und die Kräfte... Ähm, dann... Hat sie kein Nasenbluten mehr. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie einfach... Nicht lange genug dann... Aiden leitet, dass sie keine... Mehr Nasenbluten mehr bekommt. Auch bestimmt die ID-Card von... Eben. Ja, klar. Oh ja, ich muss sagen, bis jetzt bin ich... Sehr begeistert von dem Spiel. Kann ich... Ich kann Aiden nicht losschicken, okay. Ich habe keine Lust, dass hier irgendwo jetzt jemand steht. Sicherheitsschleuse. Oh, hallo Cole, Jodie. Bisschen spät für den Ausflug, ja? Äh, ja, ich... Ich fühle mich nicht... Mir ist... Mir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht. Also, wollten wir nur... An die frische Luft. Alles klar. Sollen wir die über die Krankenstation anrufen? Nein, 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 nein. Ist nicht nötig. Cole ist ja da für mich, also... Stimmt's, Cole? Ähm, ja, also... Was ist Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Hm? Äh... Er ist... Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist... Ein Virus oder sowas. Das ist mehr als... Das ist mehr, als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Er sollte ihn besser nicht anfassen, ne? Ciao. Kannst ja, wenn du in anderen Menschen bist, kannst du ja... Oder sollst du niemanden berühren, irgendwie. Deswegen denke ich, wäre es auch gefährlich, wenn der Typ hier jetzt Cole angefasst hätte. Ich mag ihr Punk-Outfit. Ich finde es auch cool. Das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Ich kenne die Alternative nicht, aber... Ich finde es auch ganz cool tatsächlich. Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Die fahren? Sie fahren? Und lass den Motor an. Ah, jetzt... Noch hier. Okay. Ist klar, dass ich ja erst gerade Aiden nicht sein konnte, weil Aiden ist ja ein Co. Ah, ganz vergessen. Verdammt! Man kann mich von draußen noch sehen! Wenn das so ist, dann müssen wir doch hier irgendwas... Als... Als ich kann ich nicht viel tun. Muss ich hier in den Kofferraum? Hey! Ich habe gestern gelernt, dass ich... Manche Sachen vielleicht nochmal überdenken sollte, bevor es heißt, los geht's. Ich habe jetzt... Wie kommt Cole? Wie kommt Cole jetzt wieder zurück? Die Idee mit dem Kofferraum hattest du nicht? Ich dachte mir gerade, wenn ich sie hinten sitzen lasse, sieht man sie ja trotzdem. Das blieb dann nur der Kofferraum irgendwie. Ich habe halt gestern im Supermarkt den Alarm ausgelöst. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Ähm, weil mich das Spiel halt fragt, ist los oder noch nicht? Und ich habe gesagt, naja, los. Deswegen war für mich gerade klar, wenn es mich so komisch fragt, überlege ich gleich nochmal, ob ich wirklich so los möchte. Erst mal ein bisschen gucken, was wir hier tun. Wahrscheinlich nicht viel. Aber was hätte sie denn jetzt als Good Girl Jodie gemacht? Ist sie auch hierher gefahren? Vorstellen. Ich versetzte uns noch nicht. Okay. Verrätst nichts. Alles klar. Ja, ich weiß. Mason wird mich umbringen. Hoffentlich ist es das wert. Gut. Ich geh mal gucken, ob wir uns was zu trinken holen können. Damit ich mit euch rede? Nein. Was zu trinken holen kann ich mir auch nicht. Okay, dann bleibt nur mich hinsetzen. Entweder wir setzen uns hier hin. Oder wir setzen uns hier hin. Setzen uns in die goldene Mitte. Was hat denn die Flasche da? Hast du gerade die Flasche gesehen? Ich muss sagen, die haben das Spiel echt gut erarbeitet. Dafür, dass das ja von 2013 glaube ich ist. Oder 2014. Finde ich es echt grafisch echt gut. Es ist etwas, wenn ich noch ein bisschen sitzen bleibe. Nichts machen. Die anderen noch? Ich hätte doch gar gesagt, keiner da ist. Da kann ich hier auch nichts machen. Kann ich auch... Warte mal. Wenn? Äh... Ne, ich glaub nicht. Gut. Wenn nicht. Nee. Ich nicht. Eigentlich spiel ich lieber allein, okay? Ich hab doch Nein gesagt. Vielleicht macht das richtig Spaß. Also in diesem Spiel wird so oft ignoriert, was ich sage. Ich hab... Ich hab... Leine. Nichts besonderes. Nur ein normaler Samstagabend für mich. und meine Klicke. Sag mal, bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Wie alt bist du? Ich sag mal lieber die Wahrheit, dass ihm bewusst ist, dass ich 17 bin. Es gibt ganz schön viele schmierige Typen hier. Ich treffe mich heimlich hier mit meinen Freunden. Oh, oh ja, deine Freunde. Die, die noch nicht aufgetaucht sind. Oh, du bist... Hey, putzen weg! Oh, schon, Baby, du willst es doch auch. Höher! Wer ist da? Oh, bist du scheiß Freak! Zeig dich jetzt! Komm raus, du feiges Arschloch! Lass mich! Ich will dir gern was tun. Ja, Schluck! Jetzt drehe ihn und ich durchfängst! Ja, ich muss nur wissen, was kann ich denen noch an den Kopf hauen? Ja, irgendwas. Ich meine, der Barkeeper, ja, der kann nichts dafür. Aber... Das ist gut so. Tschüss! Scheiße! Scheiße! Oh, Merkloch. Ich bring ihn mal nicht um. Das... Äh, nee. Das ist jetzt... Kannst du auch? Eht? Frank! Frank! Was ist los? Passset, nein! Frank, das doch was! Nein! Was ist los? Frank! Frank, nein, nein, stop, nein! Nein! Das ist besser! Nein, nein... Ja, der Barkeeper hätte was sagen können, ja. Oh. Äh. Nein, 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 das will ich nicht drücken. Muss ich das drücken? Ich drück das nicht. Ich drücke nichts. Der kann nichts dafür. Mal sehen, wie lange das... Ich muss. Möchte nicht. Ja, wenn, dann eskaliere ich halt richtig. Ich drücke, okay. Es hieß, ich muss. Du weißt nicht, ob ich muss. Wo ist eigentlich der andere Typ? Ach so, den habe ich ja erwirkt. Jodi, was ist denn passiert? Äh. Ich wollte mal ausgehen. Und ein einziges Mal, wie ich das weiß. Ich weiß, ich weiß. Es ist okay. Es ist okay. Ich habe gerade den Tod von drei Leuten auf dem Gewissen. Aber Nathan sagt, es ist okay. Okay. Ich bin voll wie andere Mädchen. Ja gut, ich habe mich gewehrt. Das ist schon richtig. Aber habe ich mich mit legalen Mitteln gewehrt? Das dachte ich auch gerade, Behemoth. Bin ich die Einzige, die da mindestens einen umgebracht hat? Ich meine, diesen Frank, den ich da erwirkt habe, den hätte ich vielleicht gar nicht unbedingt umgebracht. Aber der hat mich halt auch festgehalten. Also, der hat auch was getan. Das Laden dauert manchmal echt. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, Jodi. Also, sag ich es dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben... Ähm, alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst bei Professor Dawkins. Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? Darf ich nicht. Lügst. So ist es das Beste. Auf Wiedersehen. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Wir, ähm, sollten gehen, Susan. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Vor allem haben wir doch gestern erfahren, dass das so überhaupt nicht die richtigen Eltern sind. Das reicht. Los, komm. Ich weiß, ich konnte hier gerade was machen. Nein! Ich habe es verpasst. Ich bin mir voran. Ich bin mir voran. Ich bin mir voran. Ich bin mir da. Oh. Es war... Also, ja, ich hätte mit dem Vater was machen können. Das habe ich zu spät erst gesehen. Navajo? Navajo? Es ist Spanisch? Navajo? Ich bin total erledigt. Und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort. Also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Okay. Hey. War nicht so garstig. Ich kann hier auch gerade so... Oh, da hinten. Da gehen wir hin. Das sieht schon schick aus, ne? World Building. World Design. Schon cool. Ich finde auch cool, dass man Jodie in so vielen verschiedenen Verfassungen sieht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wenn uns hier jemand mitnimmt, dann kommen wir bestimmt wieder nur an so komische Typen. Das sieht noch aus. Das sieht aus. Und danniblen. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für einen Arsch. Aber alles wird gut. Mach's gut, Behemoth. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Einen schönen Stream. Na, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Das haben wir doch schon gesehen, grad. Das haben wir doch schon gesehen.